Die Open Telekom Cloud ist unsere Antwort auf das Sicherheitsempfinden unserer Kunden. Wir legen sehr, sehr großen Wert auf Datenschutz, Stichwort DSGVO, auf Nachhaltigkeit und eine langfristige Kontinuität. Die Eigenschaften des Standortes sieht man schon, wenn man darauf zufährt. Sehr abgelegen, nur wenige Zufahrtsstraßen, kein Neighborhood-Watching. Die Daten unserer Kunden sind physisch bestmöglich abgesichert. Die Open Telekom Cloud steht für Sicherheit, für hohe Performance, für ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Kunden sollten sich für die Open Telekom Cloud entscheiden, wenn die ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis wollen, offene Standards und kein Cloud-Act oder DSGVO-basierte Sicherheitsrisiken riskieren wollen. Die Nachhaltigkeit spielt für uns eine sehr große Rolle. Wir sind Teil von dem Green-Magenta-Programm. Wir nutzen Strom aus 100% erneuerbaren Energien und wir stellen jetzt einen eigenen Nachhaltigkeitsingenieur ein. Wenn ich Open Telekom Cloud höre, denke ich sofort an Cloud made in Germany oder Infrastructure as a Service. Aber ganz besonders an DSGVO-Konformität. Die Open Telekom Cloud ist für uns der Garant für Sicherheit. Die Open Telekom Cloud steht für uns für einen vertrauensvollen Partner, insbesondere natürlich für unsere Kunden im Bereich Datenschutz und Sicherheit. Das erwarten wir auch. Um ganz ehrlich zu sein, wir könnten ohne die Open Telekom Cloud eigentlich unser Geschäftsmodell so gar nicht betreiben. Wir kriegen weder die Leute dafür, um diese ganze Hardware zu installieren, noch die ganzen Fachleute. Und durch die einfache Provisionierungsmöglichkeit, die wir über die virtuellen Server, über die Netzwerke und so weiter haben, können wir überhaupt die Geschwindigkeit erreichen, um unseren Kunden auch schnell Innovationen zu liefern. Der Kontakt zur Open Telekom Cloud ist sehr gut. Er ist zum einen natürlich sehr, sehr professionell. Zur anderen Seite ist er natürlich auch, wenn es mal tatsächlich Probleme gibt, haben wir sofort einen Kontaktpartner, Ansprechpartner, Architekten, der uns dann auch tatsächlich aus diesen technischen Problemen hilft. Durch unsere Entscheidung für die OTC und damit einem in Deutschland ansässigen Hoster, können wir unseren Kunden eine hohe Rechtssicherheit signalisieren. Es gibt letztendlich auch ein gutes Gefühl, dass die Telekom Cloud made in Germany ist. Wir in Deutschland kennen keinen anderen Anbieter, der diese hohen Sicherheitsanforderungen und Datenschutzanforderungen hat. Die Open Telekom Cloud hat alle gängigen ISO-Zertifizierungen, Prozessabläufe, Auditierungen und so weiter hinter sich. Das kann man auch auf der Open Telekom Homepage nachsehen und darauf sind wir sehr stolz. SAP ASIO SAP ASIO SAP ASIO Untertitelung des ZDF, 2020